Mit drei 2 zu 1 Siegen in Folge und dem Sprung auf den siebten Tabellenplatz hatte sich der selbsternannte Dorfklub vom Jahr 2016 verabschiedet, um dann vom kältesten Januar seit langem wieder in Großasbach empfangen zu werden. Der Winter hat auch vor dem Rems-Mur-Kreis keinen Halt gemacht, was die Vorbereitung nicht gerade erleichtert hat. Ich denke, auf dem Kunstrasen kann man genauso gut trainieren wie auf dem Rasen. Es sind zwar nicht so wettbewerbsnahe Bedingungen, aber ich denke, die anderen Mannschaften haben genauso das Problem. Deswegen ist es kein Vor- oder Nachteil. Statt in den warmen Süden zu fliegen, schickte Coach Oliver Zapel seine Jungs erst mal nach Berchtesgaden in den Schnee. Bei Langlauf, Eichstockschießen, Rodeln und Co. stand vor allem Teamwork auf dem Plan. Es ist, glaube ich, ziemlich gut angekommen mit den Jungs. Es waren sehr intensive, aber auch spannende und unterhaltsame Tage. Es ging nicht nur darum, den Körper fit zu kriegen, sondern auch den Kopf. Und von daher haben wir da gute Arbeit registriert von den Spielen und die hat sich auch in den darauf folgenden Spielen dann auch wieder gespiegelt. Auf dem Kunstrasenplatz und im überdachten Käfig bereitet Zabel sein Team jetzt auf den 20. Spieltag vor. Am Samstag um 14 Uhr geht es gegen den Chemnitzer FC, die nur einen Punkt vor der SG in der Tabelle stehen. Das Zeug davon, dass sie auch eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt haben, das wissen wir auch. Und wir wussten von vornherein, dass Chemnitz zu den Titelaspiranten zählt. Daran hat sich auch nichts geändert. Dementsprechend rechnen wir mit einem starken Gegner, aber wir wissen auch, dass wir ihn schlagen können. Ich sage es mal so, in der Drinnenliga ist es eigentlich egal, ob man gegen den Ersten oder gegen den Letzten spielt. An direkten Konkurrenten wie Chemnitz, der jetzt in der Tabelle neben uns ist, ist vielleicht nochmal ein bisschen interessanter. Aber ja, wir werden auf jeden Fall alles geben. Vier Punkte auf den Aufstiegsrelegationsplatz, acht auf einen Abstiegsplatz. Der Dorfklub hat eine komfortable Ausgangslage, um oben anzugreifen. Doch der Trainer warnt. Nach unten. Ich gucke immer nach unten und das ist auch gut so. Die Rasenheizung in der Mechatronik-Arena läuft übrigens auf Hochtouren. Die Temperaturen sollen zum Wochenende wieder in den Plusbereich steigen. Stand jetzt steht dem ersten Spiel des Jahres. Also nichts im Wege.